Wenn du wie ich häufiger mal mit Loops, zum Beispiel von Splice oder Ghost Hack arbeitest, dann weißt du auch, dass man immer Drum-Loops, Percussion-Loops oder auch coole Basslinien finden kann, die super zum neuen Song passen würden, wenn sie denn im gleichen Tempo spielen würden. Das ist aber eigentlich heutzutage kein Problem mehr. Und wie du Logic Pro X dazu bringst, jeden Loop automatisch an das aktuelle Songtempo anzupassen, das verrate ich dir im heutigen... Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Loops sind eine ganz feine Sache, vor allem bei Splice, aber auch bei Sample-Lieferanten wie bei Ghost Hack kann man sich wirklich doof und dusselig suchen und die tollsten Inspirationen für den brandneuen Welthit aus der eigenen Feder finden. Aber das Problem ist natürlich immer, dass Loops vorproduzierte Audioschnipsel sind, die, naja, nun mal nicht immer im richtigen Tempo spielen, zumindest, was heißt richtig, in dem Tempo spielen, in dem wir vielleicht unseren Song anlegen wollen. Das kann man mittlerweile in jeder DRW automatisch ausrichten lassen. Das heißt, Samples in 100 Beats spielen dann durchaus auch in 113 oder 99 Beats pro Minute. Aber dafür muss man natürlich ein paar Einstellungen vornehmen. Und die Einstellung in Logic Pro X schauen wir uns heute mal an. Es gibt zwei Methoden, das einzustellen. Zum einen eine total automatische. Mit anderen Worten, wenn das einmal eingestellt ist, ziehst du Samples oder Loops rein. Vor allem Loops rein. Samples ist natürlich blöd, wenn die im Tempo angepasst werden. Aber Loops vor allem werden dann direkt ans Tempo vom Song angepasst. Oder es gibt eine händische Methode, wenn du nicht auf die Automatik vertrauen möchtest. Beides schauen wir uns jetzt erstmal an. Ich habe hier zunächst einmal ein kleines Projekt vorbereitet. Und in dem Projekt ist einfach nur ein Drama von Logic drin. Der spielt wie folgt. Ganz normaler Drama von Logic, der wirklich mitgeliefert ist. Muss man wirklich sagen, in Logic, der Drama ist schon wirklich eine Wucht. Da braucht man einfach, braucht man schon fast keinen externen Drum-Sampler mehr für. Aber das nur am Rande. Wir wollen jetzt mal ein Sample reinziehen, beziehungsweise ein Loop. Manchmal ist das so übergreifend Sample-Loop. Samples können auch längere Takte spielen. Aber meistens sind das doch einzelne Shots. Ne, Loops meine ich. Also Loops sind vorproduzierte, mehrere Takte lang oder eintaktige, mehrere Takte lange Audio-Samples. Wir hören mal in eins rein am besten. Und dieser Gitarren-Loop, den wir jetzt gerade gehört haben, der spielt, wie du hier in der Bezeichnung sehen kannst, mit 100 Beats pro Minute. Das ist ein kleines Problem, denn unser Song hier soll in 113 Beats pro Minute laufen. Mit anderen Worten, da ist eine kleine Diskrepanz. Und wenn ich den hier einfach mal reinziehe in Logic und will den mal positionieren, dann wirst du hören, dass beide nicht zusammenspielen. Also der Drama und der Loop. Zeit also, das Ganze mal richtig einzustellen. Und deswegen machen wir das hier nochmal zurück. Nehmen nochmal das Sample raus, die Spur nochmal raus und nehmen jetzt erstmal die richtige Einstellung vor. Du findest die Einstellung in den Song-Einstellungen von Logic. Die findest du hier oben entweder unter Ablage und dann Projekteinstellung Smart Tempo. Denn Smart Tempo, das ist die Funktion, die wir hier in Logic brauchen oder wie sie in Logic bezeichnet wird. Oder aber du kannst hier oben in deinem Transportfenster hier einmal reinklicken. Wenn das bei dir nicht so aussehen sollte wie bei mir hier mit den vielen Anzeigen, dann liegt das daran, dass du eine andere Ansicht gewählt hast bei deinem Logic. Das kannst du einfach ändern, indem du hier oben einfach, ich gehe mal aus dem Zoom raus, indem du hier oben auf den Pfeil drückst und dann hier eine der verschiedenen Ansichten auswählst. Und die dann auch entsprechend sogar anpassen kannst an deine Bedürfnisse. Das ist aber wahrscheinlich Thema für ein anderes Video. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du hier entweder auf Eigenes stehst oder ich kann dir auch mal zeigen, wie so ein Projekt. Da wird nämlich das Tempo hier auch angezeigt. Hier oben 113 BPM und darunter steht dann Halbtempo behalten. Und man kann da mal draufklicken mit der Maustaste und hier unten dann auswählen. Projekteinstellung für Smart Tempo auswählen. Das machen wir jetzt mal, klicken wir mal drauf. Falsches Fenster, Smart Tempo wollte ich eigentlich haben. Projekteinstellung für Smart Tempo, so da ist es jetzt richtig. Und hier gibt es einen Punkt hier unten, der heißt für importierte Dateien festlegen, das Smart Tempo, wie er da reagieren soll, die Automatik. Und da stellen wir das dann einfach mal ein und Takte ausrichten. Draufklicken, zack und fertig ist die automatische Anpassung im Prinzip schon. Also zumindest Logic ist jetzt darauf eingestellt, direkt Loops an das richtige Tempo anzupassen. Nehmen wir mal unseren 100 BPM Loop, den ich hier aus der GoStack Library habe. Die Library, die du hier übrigens siehst, ist das Premium-Begrüßungspaket von GoStack, das du bei jeder Premium-Mitgliedschaft hier im Recording-Blog auch mitgeliefert bekommst. Es lohnt sich also vielleicht allein schon deswegen Premium-Mitglied zu werden, aber es gibt auch jede Menge andere Vorteile. Was es damit auf sich hat, kann ich dir gerne mal in einem weiteren Video verlinken. Jetzt aber nur so viel, wir ziehen einfach mal aus diesem Premium-Begrüßungsstart-Kit hier einen Gitarrenloop rein. Und jetzt passiert Folgendes. Die Magie sorgt dafür, dass die Automatik von Logic Pro X jetzt diesen Loop an das richtige Tempo angepasst hat. Schauen wir mal. Klingt gar nicht so schlecht. Falls das nicht so ganz vom Sound her klappen sollte, es gibt verschiedene Algorithmen in Logic Pro X, die für das eine oder andere Soundmaterial zuständig sind. Wenn du zum Beispiel eher rhythmisches Material hast wie Drums oder wie Percussions, dann ist vielleicht ein anderer Algorithmus sinnvoll. Und den kannst du auswählen, indem du hier einfach hier oben mal im Fenster auf diese geschwungene, abgeflachte 8 drauf klickst. Und dann wird das Smart Tempo der Algorithmus hier unten links angezeigt in deiner Spur. Falls das nicht angezeigt wird, musst du die Spur einfach mal ein bisschen hier aufreißen mit dem Zoom. Und dann kannst du hier auswählen, mit welchem Algorithmus denn hier eigentlich gearbeitet werden muss. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel Monophon, wenn du einen Bass zum Beispiel hast oder so. Also Slicing und Rhythmisch sind vor allem zwei Algorithmen, die bei rhythmischem Material, also bei Drums und Percussions gut funktionieren. Und wir haben hier eine Gitarre, die mehrere Töne gleichzeitig spielt, also Polyphon spielt. Mehrere Töne gleichzeitig bedeutet Polyphon. Einzelne Töne bedeutet Monophon. Wir stellen mal hier auf Polyphon, hat er auch automatisch eigentlich erkannt. Und dann können wir hier das ganze Ding im richtigen Tempo abspielen. So viel zur automatischen Methode. Wenn du dich nicht auf die Automatik verlassen möchtest, dann gibt es natürlich noch eine händische Methode. Das heißt, dann musst du für jedes Sample oder für jeden Loop, den du hier bearbeiten möchtest, habe ich schon wieder verwechselt, für jeden Loop, den du anpassen möchtest, musst du direkt selber aktiv werden. Was aber gar nicht so verkehrt ist, weil es auch einlädt, kreativ zu werden. Wir schauen mal, was es damit auf sich hat. Ich lösche mal hier diese Spur nochmal, nehme die nochmal raus und beende hier auch die Automatik. Also wieder Projekteinstellung für Smart Tempo. Dann stellen wir das hier auf Aus und ziehen jetzt unseren Loop wieder hier rein. Und dann wird er natürlich wieder nicht automatisch angepasst, wie du hier hören kannst. Naja, aber ich habe dir ja versprochen, dass ich dir zeige, wie das händisch geht. Und auch das ist super einfach. Du gehst nämlich hier einfach ins Fenster rein, markierst den Event und wenn du hier unten mit der Maus auf die rechte Ecke von deinem Loop gehst, dann kannst du da mal draufklicken und festhalten die Maus. Und dann siehst du, dass hier Längenänderung angezeigt wird. Wenn du jetzt aber mit dem anderen Finger hier deine Taste Option drückst, die Option-Taste, dann wird aus Längenänderung plötzlich dehnen. Und dann kannst du hier einfach das Tempo frei verschieben, wie du es möchtest. Wir haben hier einen viertaktigen Loop, deswegen setze ich den hier mal auf vier Takte, lass los. Und auch jetzt wird wieder hier mit Flex-Tempo für diesen einen Loop aber nur angepasst. Und dann kann ich hier wieder, wenn ich hier die Flex-Ansicht anhabe, kann ich hier wieder auswählen, mit welchem Algorithmus hier gearbeitet wird. Ich stelle den wieder auf Polyphon und zack ist auch unser Loop. Wieder im richtigen Tempo und jetzt passt alles. Also die automatische Version, wenn du es immer angepasst haben möchtest oder die händische Version hast du gesehen. Damit kannst du eigentlich jeden Loop an das richtige Tempo anpassen und solltest damit in der Lage sein, mit deinen Loops endlich auch deine ganzen Produktionen und vor allem deinen neuesten Welt-Hit richtig aufzupimpen oder dich einfach nur inspirieren zu lassen. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin, mach's gut und yassu!